Ich sagte 9. Ich dachte, sie wäre nackt. Fertig. Ich habe telefoniert. Ich bin gleich fertig. Wir müssen uns beeilen. Also jetzt erklären Sie mir doch bitte mal, Sie essen wie ein 8-Jähriger und Sie sehen aus wie Mr. Universum. Was ist Ihr Geheimnis? Und kann ich das auch irgendwie?